Am 6. September 2023 startet Starfield. Ich konnte bereits reinschauen und zeige euch meine ersten Eindrücke. Ob das neue Starfield etwas für dich ist, kannst du leicht entscheiden, wenn du solche Spiele magst, wie zum Beispiel Skyrim oder Fallout 4, aber natürlich auch No Man's Sky. Denn bereits in den ersten Minuten des Games gab es sehr viele Erinnerungen an diese Spieleklassiker. In der Geschichte starten wir als frisch eingestellter Minenarbeiter und uns wird zunächst erklärt, wie wir die Erze abbauen und an Ressourcen kommen. Bethesda-typisch starten wir in der Geschichte erstmal als No Name. Wir haben unseren Charakter noch nicht erstellt und werden erstmal in das Game eingeführt. So starten wir hier als Minenarbeiter und entdecken während der Geschichte ein seltenes Artefakt, was uns komplett aus der Bahn wirft. Auch hier kommen wieder Erinnerungen zu Skyrim und Fallout 4 auf, wenn wir unseren Charakter im Anschluss erstellen können. Zufrieden mit unserem Äußeren geht es dann weiter zu einem kleinen Hintergrund, der allerdings nicht wahnsinnig viel Einfluss auf das Game hat und unser Charakter ist startklar. Bereits in der Vorgeschichte können wir zahlreiche Gegenstände einsammeln, ob wertvoll oder nicht, ob später nützlich oder nicht, das erfahren wir im Laufe des Spiels. Ganz im Stil von Fallout 4 nehme ich natürlich alles mit, was irgendwie wertvoll erscheint. Und da sind sie wieder, immer wieder die Erinnerungen an Skyrim oder an Fallout 4. Ob wir anfangs wie bei Skyrim einfach in das Game transportiert werden, bei Skyrim sind wir ein Gefangener auf einer Kutsche, in Starfield sitzen wir in einem Fahrstuhl runter in einer Mine und werden erstmal ordentlich ausgestattet und kriegen die Basis-Story erzählt. Selbst in der Vorgeschichte lohnt es sich, alles mitzunehmen, was man entdeckt oder was einem wertvoll erscheint. Sobald wir den Bergbauleser haben, renne ich nochmal zurück, sammle sämtliche Erze ein und suche selbst in den hintersten Ecken nach seltenen Erzen und werde tatsächlich fündig. Während des Einsammelns kommen wir immer tiefer und immer weiter in den Bergbauschacht und landen schließlich an dem Punkt, wo wir das seltene Artefakt finden. Auch das Erz um das seltene Artefakt herum können wir abbauen und legen dann schließlich das Artefakt frei. Nach der Charaktererstellung stellen wir fest, dass dieses seltene Artefakt besonders wertvoll ist und wie soll es auch anders sein, wir treffen auf einen Gönner, der uns direkt ein Raumschiff zur Verfügung stellt und schon geht es los. Zunächst erkunden wir das Weltall und was wir mit dem Schiff anstellen können. Was besonders spannend ist, dass wir die Energie des Schiffes gezielt einsetzen können. Brauchen wir verstärkte Schilde, so verteilen wir die Energie mehr auf die Schilde. Brauchen wir stärkere Waffen, verteilen wir diese eben auf die Waffen. So müssen wir immer entscheiden, was zur Zeit wichtig ist und was für uns am effektivsten ist. Auf die ersten Piraten müssen wir gar nicht lange warten, schon startet der erste Weltraumkampf. Also schnell die Energie verlegt von der Geschwindigkeit auf die Schilde und auf die Waffen. Im Anschluss suchen wir uns einen nahegelegenen Planeten und scannen nach seinen Ressourcen. Wenn wir die passenden Ressourcen gefunden haben, setzen wir zum Landen an und ab jetzt kickt No Man's Sky so richtig rein. Auf den verschiedenen Planeten finden wir unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Lebensformen, unterschiedliche Pflanzenarten. Aber wir finden auch kleinere Außenposten oder zurückgelassene Camps. Im Großen und Ganzen fühlt sich das Game in den ersten Minuten schon richtig gut an. Für Liebhaber von Skyrim oder Fallout 4 oder aber auch No Man's Sky ist das genau das richtige Spiel. Ich bin wahnsinnig gespannt, was uns im Game noch erwartet. Ich bleib auf jeden Fall dran, schau immer mal wieder rein und halte euch auf dem Laufenden. Was erwartest du vom Game? Ich bin äußerst gespannt auf eure Kommentare und wenn es dir gefallen hat, lass doch ein Abo da für den Kanal und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin!